Hans Lüthi von Schippa. Ihr seid heute als Meisterzüchter geehrt worden. Bis man so weit ist, da hängt sehr, sehr viel zusammen. Da steckt viel Arbeit dahinter, viel Leidenschaft, auch viel Wissen. Sicher auch die Unterstützung der Familie. Was bedeutet euch das, dass ihr jetzt als Meisterzüchter geehrt worden seid? Ja, das bedeutet mir die grosse Genugtuung, dass ich als kleiner Betrieb die Meisterzüchtertet bekommen habe. Wie ihr gesehen habt, da steckt viel Arbeit dahinter. Das ist wahrscheinlich eben die Leidenschaft für die schwarzen Kuh. Und dass man einfach für die Sucht mithalten kann. Dass man immer die besten Stieren verlutscht. Dass es Kühekalber gibt. Und dass es exterieur- und leistungsmässig ein gutes Produkt gibt aus den Nachkommen, den man mehr braucht. Sehr gut. Schreibt uns doch kurz, wie ihr die Schüppbach bauert, wie euer Betrieb aussieht und wie ihr bauert. Mein Betrieb liegt die Bergzone 1 und auf dem Land habe ich noch die Bergzone 12. Ich habe mittlerweile noch etwas Schlagskörnchen in die Pfad nehmen. Die Betriebsgrösse ist rund 15 Hektar. 14 bis 15 Milchkühe. Der Rest ist die Bibel für Nachkommen, die ich aufziehe. Ich nutze ca. alle 5 bis 6 Nutz- oder Zufthühe. Verkaufen oder einen Händler. Oder manchmal auch privat. Je nachdem. Manchmal verkaufen ich auch noch. Kühekalber. Es gibt auch ein paar. Jetzt, wo man gesetzten Samen brauchen kann, hat etwa genügend weibliche Nachkommen, dass man inzwischen fast gerne schalkhaft kaufen kann. Und ich gehe 70% dosswärts gehen. Das bedingt, dass die Frau auch mithilft auf dem Betrieb. Und der Junior. Der weibliche Lande und macht noch Agro-Technikerausbildung. Das ist nicht gegenwärtig. Und in der Freizeit hilft das auch noch mit. Manchmal, wenn man ein Heuer oder ein Däuer ist, dann melken, wenn jemand oben ist und in die Schuhe geht. Das ist noch praktisch. Die 70% die ich auf der Gemeinde werke. Das ist relativ flexibel. Wenn man das Däuer oder so noch ist, kann man hier das Wetter frei machen. Oder Gas machen, wo das machen ist. Und dann geht man auf die Gemeinde werken. Und im Winter mache ich auch noch Winterdienst. Das heisst, wenn Schnee im Raum ist, dann geht es morgens aus dem Bett auf den Schneeflug. Traktor und kommt Schnee raus. Ich sehe das. Da hängt wirklich sehr viele zusammen. Vielen Dank für die Auskunft. Und noch einmal ganz herzliche Gratulation. Und viel Glück für die Zukunft. Vielen Dank.